So! Da sind wir wieder! In der Tat, mit... ...em verlassenen Lande halt, oder? Mhm, genau. Äh, los geht's! Ja, geht's los, ne? Bing, 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 bing! Ja, mal schauen, wie das mir wird, weil verlassenes Lande, fällt mir nicht ein, das ist halt so... ...ne Sache. Weil du halt so, du bist selber so nah an diesem Übergang in der Mitte, äh, an den äußeren Rändern. Hm. Und das ist halt das Problem, weil da kommen dann halt immer die Massen durch. Mhm. Und wenn die Massen halt durchkommen und du hast zu wenig an Gegenfeuer, dann... ...ja, hast du ein Problem. Mhm. Vor allem rennen sie dann immer vorbei zum Anderen oder zum Turm hoch. Ja, das auch, das auch, ja, ja. Das ist dann doppelt lästig. Wir haben viel zu tun! Das Auge beobachtet uns! Haltet euer Werkzeug bereit! Mach dich nützlich! Da bin ich nicht! ...der Koffer hat mich gebrannt. Ha ha ha! Mhm. Was für's rechts ist schwierig? Fledermaschwammer, ne? Mhm. Bei dir? Ach ja. Ich nehme lieber die Linken, weil da kann ich dann als nächstes Plünderung aktivieren. Mhm. Ah ja. Für's Töten gibt's, äh, Rohstoffe. Facht, was ich befolge! Und für alle Kills und Zerstörungen und alles. Ach, Zerstörungen auch? Mhm. Ich glaub schon. Ja, ich kenn's halt, äh... Ich mach's mittlerweile auch so, weil die Vögel sind zwar ganz gut. Weil du kannst dich auch bewegen und zum Gegner hinschicken immer. Und die sind sofort weg bei Bogenschütz. Auch. Und meiner Meinung nach, die bringen nicht so viel. Also sie machen sie zwar schwächer und instabiler, aber irgendwie nicht wirklich deutlich. Also du merkst es kaum. Warum? Und das ist drum nämlich zum Beispiel ich selber immer Kriegsgesang. Mhm. Weil es zwei Wiesengrad oder sowas. Ja. Weil die haben ja auch die Vögel. Aber ein anderes Bild. Was haben wir eigentlich für Gegner? Weißt du das schon? Aber kein Mordor, wie's ausschaut. Ha, und ich hab sogar meinen Helden. Wir haben Zwerge. Siehst du dich jetzt mal als du oder was? Der läuft zu dir. Mhm. Jetzt hab ich's umsonst verstärkt. Leck mich doch. Also bei mir kommt... äh, Helden. Schaffst du's noch? Ja, ja. Bis jetzt schon. Stimmt, ja, ja. Der Zwerg, der braucht ein bisschen... Und da kommt noch jemand. Der Zwerg will es bei der mittleren Ding sein. Zwei Zwerge und Helden, sag ich. Wo ist nochmal der Zwerg? Hier. Hihihi. Ach, hier ist ein Unterschied hier. Hm. Ach Mist, der ist rosa. Das schaut fast so aus wie du. Okay, ich kann's doch nicht wissen. Irgendwie hast du den Nachteil im Gegenteil zu mir. Weil... ... auf deiner Seite ist kein Rohstoffgebäude. Was du einnehmen kannst. Mhm. Das stimmt auch. Die ist er richtig. Ihr dürft nicht, der Frau, Helden sind bereit. Arbeitet an eurer Einwanderung. Natürlich. Ihm fällt nichts Besseres an, als den einzunehmen. Weil jetzt macht's den einen da oben halt kaputt, hält's. Nicht verarschen. Hast den alle eben gelassen. So, hat aber nicht geschafft. Haha. Ihr greift vielleicht auch die da an. Bei dir geht's, oder? Ja, noch. Soll ich da mal rüberkommen? Ja, ne. Dann halt nicht. Na ja, dann halt nicht. So nicht. Nicht in diesem Tod. Helden. Der läuft aber zu mir, oder? Ne. Soll ich nicht kommen? Nein, ne. Brauchst nicht. Äh, ich schlittet. Ich mach's trotzdem. Schnell weg von der Miene. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich hab ja zu viele Einheiten. Das passt mir nicht. Ihre Bogenschätzen sind bereit. Wir sind auf einige Jagen heute gestoßen. Hierher mit euren Ängsten. Wieso läufst du mit deinem zu dir? Äh, zu mir? Mit einem Baumeister? Um da einen Tunnel hinzufahren. Hä? Ach, du könntest die Orks auch? Ja. Achso. Geil, gell? Mann, jetzt. Du bist so ein Bob. Jetzt hat er dich verfolgt und jetzt geht der Grapnel fast gegen meine Axtwerfer. Ja, gilt's. Das neue Gebäude ist gefaulet. Wir haben den Feuch der Fall. Oh, jetzt kommt da einiges. Ja, bei mir ist jetzt auch was drin. Ach, die Rohstoffgebäude sind gleichzeitig auch Tunnel? Ich dachte, das wären extra Gebäude. Äh, extra Gebäude, die das sind. Was sind das dann, wo du so Zeug drin haben kannst? Ja, das sind die Rohstoffgebäude. Achso, das sind die gleichzeitig. Ich dachte, die schauen auch anders aus. Oder sind sie einfach nur Level 2er dann? Das sind dann nur, einfach nur Level 2er. Achso. Das ist ja auch noch was geiles. Ja, was was cool ist. Mach dich nützlich. Hoch mit euch, ihr faulen Säcke. Ich wollte schon sagen. Ey, oh, ey, oh, oh. So nicht, jetzt ist sie bei mir. Oh, jetzt reißt mir den Arsch auf. Scheiße. Ey, der macht mein Ding oben kaputt. Ja, toll, ey. Hab's probiert. Ja, vielleicht, das baut sich ja wieder auf. Ja, ja. Kannst du deine Truppen eigentlich auch durch meine Gänge schicken? Was? Äh, nee, ich glaube, das ging nicht genauso wenig, wie du in meine Minen rein kannst. Nein, hm. Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht in deine Minen rein. Ah, Hilfe! Oh, warum? Das hat dann den Ding kaputt gemacht. Ganz kaputt? Ja. Schnell, vor uns. Verwärts nicht! Mann, 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 Mann. Ganz ehrlich. Ja, ich habe dabei verpasst. Ah, der geht ja mir auf die Eier. Wenn du Zeit hast, kannst du mal schnell helfen. Ah, warte. Das wäre mir ganz recht. Nee, geht gerade nicht. Geht nicht. Nein, ich werde selber gerade angegriffen. Und die, ja, äh, halt... Och, komm ey, der hat sogar mein Produktionsgebäude kaputt gemacht. Der hat das Ding gemacht. Jetzt, wenn die Hüter durchkommen, dann habe ich vielleicht... Dann funktioniert es wieder. Das heißt brutal, wie der wieder ankommt. Wieso sind eigentlich meine Einheiten verstärkt? Oh, ach so, der Banner. Cool, der reicht soweit. Finde ich gut. Ui, du Fickse, ey. So. Was, welcher Baum ist da? Nein, hörst du auf, ey. Jetzt geht's wieder. Du Glutsch. Bei dir geht's auch? Ja, es geht krass. Und ich habe meinen Held. Ui, 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 ui. Ich schicke den mal zu dir hoch. Ja, blöd, dass das Ding kaputt ist. Sonst wäre er jetzt gleich da. Das Auge beobachtet uns. Nein. Irgendwie will der mit Einheiten oben den Turm einnehmen. Kommt's mir so vor. Ja, das will er doch immer. Hä? Das will er doch immer. Es ist in einem Schreitwagen drin. Ich glaub's nicht. Nein, der Wichser. Er reitet da voll durch meine Truppen durch. Ja, bei mir auch. So, hier kommt es wieder runter. Alles, was recht ist, aber das nervt. Das Gemeine ist, ich kann mich zwar halten. Ja? Mhm. Problem ist nur, äh, wenn ich mich halte, ja? Mhm. Er kommt zwar an, aber er, das Problem ist nur, er hat den Vorteil, er wird daraus stärker. Dass ich mich nur halten kann und er die ganze Zeit ankommt, wird er automatisch stärker dadurch. Ja, ja klar. Weil er sich ja trotzdem vergrößert. Aha, jetzt hab ich diesmal verlangen. Hm. Pech gehabt. Oh. Oh. So, wieso krieg ich eigentlich so wenig Rohstoff? Das ist brutal. Weil du nicht viel Gebäude hast. Was? Weil du nicht viel Rohstoffgebäude hast. Ja, aber ich kann nicht anders. Hätte ich was gemacht, dann hätte ich jetzt gar nichts mehr, weil dann könnte ich nicht herstellen. Immer ein bisschen mit deinem Held da, das ist schon mal ganz gut. Mhm. Jetzt muss ich nur bei mir schauen, dass da nichts passiert. Also, das will wohl verarschen, hey, oder? Guck dir das mal an, hey? Was denn? Der braucht ja eine Mauer! Das kenn ich aber bei dem, bei der Map. Scheiße, Baumeister. Das macht er es öfteren. Ist aber ganz gut, weil dann sperrt er dich aus und sich ein. Jetzt geht's wieder. Hey, kommt der schon wieder da hin? Der Zipfel. Boah, bei mir geht's gerade nicht so. Das ist frech, das ist frech. Oh, 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 jetzt kommt er bei mir ganz schön an. Geht's? Dann lauf mit deinem Held zurück. Und jetzt. Das Gebäude ist fertig. Sie greifen die Mine, wir haben viel zu tun. Sie greifen die Mine, wir haben viel zu tun. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Ihr wisst, was zu tun ist. Laut Schalt zurück. Ja, echt? Äh, geh in den Tunnel oben rein. Was gehst du? In meinen... Ach, du hast da schon einen Tunnel, oder was? Ja, ich hab da wieder... Ihr könnt mir die Rollstrahlstoffe klauen, gell? Jetzt will ich mal... Wieso? Los, jetzt mach. Komm, wo bleibt der jetzt? Ja, der verfolgt dein... Ja, toll, jetzt wunderschön. Genau, jetzt ist der wieder so, dass er zwei Einheiten drin hat, die ich nicht angreifen kann. Seid ihr wahr, als der geht in die Landstrahl reinzureiten? Fahr schnell. Wer erobert da mein Gebäude? Keine Ahnung. Haltet euer Werkzeug bereit! Wir haben eine neue Knuffe ab. Das ist wieder so unfair. Jetzt hat sich die Gruppe so aufgeteilt, dass er... Nein, das ist wieder so unfair. Ich hab ordentlich angebracht. Genau, wie sie sich auf einmal da hochbeamen. Kennst du? Kennst du, kennst du? Sind das deine? Was? Ich bin weiter. Ja. Jetzt ist der da hochgerannt, nicht dein Ernst. So, jetzt geht mal schon rein. Oder? Ja doch, geht rein. Achso, da gehst du wieder zurück, oder was? Mhm. Na ja, von mir aus. Da kommt aber noch was, gell? Ja, ja, da geh ich schon hin. Gut. Hä, wo ist er jetzt? Ja, dreht die Drecksau natürlich... Okay, die ist wieder umgedreht. Die läuft wieder zu dir. Vielleicht ist er denen ja gefolgt. Ja, genau. Und jetzt hat er das eingesehen. Nö, keine Lust mehr. Ich bin sofort nicht in diesem Ton. Habe ich da wieder keine Lanzenträger? So, geil. Mhm. Von Family Guy. Mhm. Ach. Für den, der es nicht weiß. Du nimmst es nicht ein. Nein, nein, nein. Natürlich. Er nimmt es ein. So. Aha, jetzt haben wir schon den Prinz Brandt hier. Der Prinz Brandt, der hat einen Brandt. Ah, der Durscht. Oh, er hat Glorfindel. Was? Ich mag Glorfindel überhaupt nicht. Nee, der... Er ist so übel stabil. Vor allem, wenn er immer auf Level 2 ist dann. Er auf Level 5 oder so, wo er die Fähigkeit hat, dann... Dann ist er gut dabei. Geht's bei dir? Ja, ja. Hör mal verstärkt. Ah, nice, danke. Jetzt kann ich auch bald beim... Wie hast du eigentlich den Held jetzt schon eigentlich so früh gehabt? Fällt mir gerade ein. Der ist ja nicht so da. Was kostet der? 1.500. Achso. Boah, mein Held. Wie der griechische Händler. Was kostet das? Brauchst du Hilfe? Mann. Im Moment geht's. Ich werde aber bei dir mal eine Mine hinbauen, dann kann ich auch bei dir rein. Ah, ah, ah. Ey, du Fickse, ey. Hab ich einen Kill. Deine Dunkelheit? Ja. Ich komme mit... Ich komme mit vier Gruppen Menschen aus Tal plus Thumbfly. Thumbfly... Thumbfly. Ja, so ähnlich. Brauchst du eine Reparatur? Boleke! Brauchst du eine Reparatur? Schatz, Lutsche. Ja, wäre nicht schlecht. Danke. So, jetzt hau ich dich hier aber mal in einen anderen Stern hin. Hat er gerade noch meine Heiter drin? Hat er ja meine Soldaten drin? Wir werden abgegriffen! Los, ihr Haltbräder! Beregung! Bäm-Moi-la! So. Jetzt kann mein Held keine Fähigkeit mehr. Scheiße, scheiße! Neu-Lohr! Weil alle aufgebraucht hat. Gott. Achso. Ich komme. Achtung, Sie, Reiter! Mach mir! Geh weiter. Geh weiter. Wir fallen! Wir fallen! Boleke! Ich kann gar nicht so viel produzieren, wie ich Rohstoffe kriege. Ja, das ist doch gut, oder? Ja, so halb gut. Warum? Wenn du mehr Rohstoffe bekommst, dann... Das wäre ja gut, aber das... Im umgekehrten Sinn heißt, dass du einen Haufen Zeug verlierst, oder? Ja, das auch. Ich komme mit meinem Held auch. Äh, du kannst... Geh mal zu. Moment, halt! Ess, 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 ich baue dir mal eine Esse. Da setzt was in die Fresse. Oh nein, Zwergenheld. Nein, doch. Oh krass, ja, ich kann Ballrock. Also, du hast so aufgelevelt, dass du so hinkommst, oder wie? Also, mit möglichst immer 5, 10, unter 15 und dann 25, oder? Mhm. Ah ja. Aber trotzdem, Alter, ich kann jetzt schon den Ballrock. Voll krass, ey. Mal überlegen, was ich da alles wegkillen muss, damit ich das jetzt schon kann. So, dann haben wir jetzt mal einen kleinen Offensivschlag. Hier. Ein Scheißstand wurde gebaut. Geh weiter, weiter, weiter! Ach, sie haben den Zwergenhelden weggemacht. Hehehehe. Das ist gut. Geh weiter. Beste Materie, die wird hier verwendet. Ach, das ist dein Turm. Ich habe hinten eine Esse, gell? Mhm, danke. Und vorhin baue ich mal eine Heldenstatue hin. Gut, das brauchst du jetzt eigentlich nicht, aber gut. Ja, wieso? Eine Heldenstatue bringt einen Haufen Bonus. Ja, aber ich brauche sie jetzt nicht unbedingt. Und vor allem geht es da immer kaputt. Ja, eben. Und du kannst da weiter mal angreifen, bis die fertig sind. Ach, du bist schon mit dem Ballrock. Ja, ich ärgere den da mal ein bisschen. So, jetzt hat er gleich kein Gebäude mehr. Hat er? Zu produzieren. Ja, guck dir das ab. Zwei habe ich mit dem, äh, Dings weggemacht. Mit dem Feuerspucken. Noldor, Griecher, weg mich doch. Endtingmelalor. Späne! Hier! Aber einen Noldor mache ich kaputt. Doch nicht, scheiße. Scheiße, lügen. Haha. Sie geben nicht aus. Mann, der mit seinen blöden Noldor kriegt, dann gehe ich halt auf sein Gebäude, wenn es ihm nicht passt. Tja, nie sind sie zufrieden. Oh, mein Held ist fast tot. Warum? So ist gut, perfekt. Ja, weil ich gerade in dem Moment mein Ding gesetzt habe. Mein Bombardieren vom Held. Während die Gegner kamen, meines war's tot. Das heißt, der hat die mit der Bombardierung noch aufgehalten und kommt, tötet. So schaut's aus. Nice! Oh, ich hab bei mir gar nicht aufgepasst. Ah, ah! So, ich hab's jetzt unter Kontrolle. Danke. Wir werden an Klappe! Hier gibt es Erhaber! Oh, da hast du geschraubt beim Bart. Ja, genau. Stachliger Bart hier, ein bisschen. Ah, dann hält es... Angeschlagen. Sehr, sehr angeschlagen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Äh, und er ist gleich tot. Wieso sagt mir das kein... Warum hat er da vorne? Ich hab mich auch gewohnt. Also, er war fast tot, da vorne. Ein bisschen ungünstig. Also, ich hab den da nicht hingeschickt. Ja, ich auch nicht. Ja, ich helfe euch auch. Ja, ich helfe euch gleich, gell? Dir helfe ich. Mach's mal ne Schatzlager da, bitte. Jetzt kann ich auch die... äh, ein Sperrfeuer machen, gell? Mach dich nötig! Nice. Komm, die Festung ist weg. Mhm. Pengalopagus. Ja. Bums weg. Die Klifte erweitert! Sie greifen uns an! Oh, die Schatzlager. Geh mir so. Sack, ey. Die sind so krass, echt. Bis der mal seine Fähigkeit macht. Boah, das ist manchmal so... Diesen Mann immer so gehirnamputiert, ohne Spaß. Ich sag ja so, das ist eine Fähigkeit, Mann, vom Gläuen, weißt du? Der hat mal eine Zerstörung, wo er einen Gebetsschaden macht. Der ist geil, der... Rennt in... rennt wie so ein Moonwalk, ja. Du, 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 sag ich ihm. Wieso, dann warte ich halt? Ja, vielleicht kriegt er sich wieder ein, ne? Ja, er kriegt sich ein, aber macht die Fähigkeit dann nicht. Also, mach's nur mal. Mach das gleiche wieder. Bumm, tot. Ein neuer Riese, hilfreich! Stimmt, ja. Gläuen kommt da so übel schnell auf Level... Kommt da so übel schnell auf Level 2. Geht ich bei dir? Jaja. Ganz easy. Ganz easy going. Gut. Zurück an die Arbeit! Ne, 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 das Katapult macht mir nichts kaputt hier. So schaut's nämlich aus! So, jetzt hab ich gleich alle Helden. Ey, wieso brennen da meine... meine Truppen fackeln ab? Bei mir? Ne, bei... ja. Ah, wahrscheinlich wegen dem Scheiß. Wieso? Dings wieder! Er weiß das nicht. Also, jetzt übertreibt er mit seinen Streitwägen. Vier Stück. Wir haben neue Rüstungen erwartet! Noch ein Gebäude fertiggestellt! Steht! Bereit? Ein neuer Riese erhebt sich! Wir haben eine Schatzlage erweitert! Ein neuer Riese erhebt sich! Spannend was er dazu sagt! Die sehen geil aus hier! Was denn? Die Halb-Troll-Blinderer da, die sind geil aus! Mit den Rüstungen! Nicht? So, schau mal! Hm? Oh, jetzt übertreibt der Hauer! Wie viel Rohstoff hast du denn grad? Hm, 2000! Ich hab fast 10.000! Boah, nice, ey! Alter, die sind pervers! Ja, wir müssen immer rennen! Geil! Der Ork ist ja mal pervers zum Einnehmen! Guck dir's mal an, wie ich den wegmach! Ja, weil die haben ja so übelst viel Reichweite! Besser als Ends! Mhm! Viel besser! Ähm... Nice! Er ist gezüchtet und tot! Mhm! Frag mich ja, wenn zum Beispiel so Zwergenhelden sterben, ja? Mhm! Oder irgendwelche Helden, dann kommt ja auch irgendwie so der Schmerzensschrei oder sowas! Woher wollen die jetzt aber wissen, wenn der im Film hier gestorben ist? Woher wollen die wissen, wie der schreit? Mhm! Ja, schon! Wir werden abgegriffen! Toll! Ich hab jetzt... ...verbesserter Sturmangriff drin, ja? Mhm! Der macht deine eigenen Schläge auch ein bisschen stärker sogar, ne? Mhm! Aber grad so, dass mit dem ersten Erderschotterer nichts tot ist. Aber exakt nichts! Toll! Ist es dein Drache? Ja! Naja, wenigstens etwas! Hm, na dann! Du blöd, Mann! Ich hab... Ja! Tot! Der Held ist tot! Meineswegen? Ja! Entschuldigung! Und dann ist er wieder... Und wieder typisch, dass er nicht rennt, ja? Dann steht er einfach rum und wartet, bis er tot ist! Mhm! Ach, Prinztal wieder hier, die Schlampe! So, weg damit! Ähm... Lässt du das jetzt mal? Ich? War schon wieder meiner! Drin! Mitten in der Mitte! Schnell, weg von der Mine! Was kann ich dafür? Ja, die sind stolze Kriegers! Ähm... Dein Drache macht nichts! Ja, das ist... Ja, jetzt ist es eh weg! Ja, war klar! Ja! Ui! Das sah jetzt lustig aus! Eine Gruppe Menschen aus Tal und vier Helden von mir laufen auf die zu! Bam! Alter, guck das mal an hier, schau! Die zertrampeln ja schon alleine alles, oder? Naja, die zertrampeln ja gerade alles! Ja, ja! Meine drehen sich! Wenn bei ihm irgendwelche Soldaten hingehen, der stampft die sofort in den Boden! Meine nicht! Mhm! Meine drehen sich um, schlagen vielleicht mal! Ich bin doch schon die starksten Nahkampf drin! Ja, natürlich! Das ist doch logisch! Das ist logisch! Kannst du aufdecken? Wie aufdecken? Ja, die Fähigkeit... Fledermäuse? Ja, ne! Einfach aufdecken! Hast du nicht, oder? Ne! Kannst du nur mit dem Fledermäuse! Ne, dann nicht! Dann brauchst du es nicht! Ich dachte nur, dass ich vielleicht ein bisschen mehr sehe! Was ist denn? Weiss... 14000 Rohstück! Krass, der hat mir gerade alle gekillt! Mhm, sie greifen die Miene an! Okay, so ein Baumeister hält ja verdammt viel aus eigentlich! Hm... Ach, die Fledermäuse kann ich jetzt machen. Was? Flirr? Ne, jetzt brauche ich sie nicht mehr. Hat sie erledigt. So, und jetzt pass auf. Das ist dafür, dass du meinen Held vorher getötet hast. So, fixer. Wenigstens kill snacks. Die Minen werden angegriffen. Wieso ist eigentlich ein Baumeister von mir gefallen? Baumeister? Achso, das war bei uns. Ups, das war ich glaube ich selber. Mit meinem Untergraben. Da hab ich meinen Baumeister gekillt. Mann, mein Held ist erst auf Level 6. Echt? Ne, unecht. Achso, ja dann. Dann ist ja in Ordnung, wenn's nur unecht ist. Schnell weg von der Biene! Ein neuer... Ja toll, mein Held ist wieder tot. Sag mal... Ah, ich hab... aber ich hab 25.000, äh... Rohstoffe gehabt. Das ist die Hauptsache. Hm, 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 hm. Ich unterstütze dich ein bisschen. Hm. Wie der Kriegsmaschine da hinten gelagert hat, das ist ja ekelhaft. Wir bombardieren uns! Aha! Meine Fähigkeit! Ach du Scheiße, ist hier grad hell. Ja, ich bin grad mitten in so einem Schein drin gewesen. Boom. Willkommen, verarsch mich. Jetzt glaube ich ist er sogar fast... Ist der Elb schon weg, oder nicht? Hm, nein. Hat noch ein Gebäude, aber ich mach ihn schnell weg. Achso. So, jetzt pass auf. Das sind ja zwei Kriegsmaschinen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen wir denn da? Ich mach das da. Ey, du Wichser, ey, was soll ich scheiße? Ich hab die zwei Kriegsmaschinen kaputt gemacht. Ja, und meine ganze Armee, was soll denn das? Das war für meinen Held. Für deinen Held? Ich hab keine Armee mehr, du! Aber ich... Ich bin auch da. Ja, du bist ne tolle Elf, ich bin nicht mehr sicher. Ich glaub, es gibt nen Haufen Zeug auf mein Konto. Fick sei du, das zahle ich daheim. Und letzten Endes verlieren wir dran noch, oder? Mhm. Aber Hauptsache wir sind quitt. Genau. Toll, die Filme, so. Was hast du grad gemacht? Du hast... Was war das? Huuuuh! Du bist ein Brettbrot. Noch ein Angriff! Achtung Spinnenretter, immer Platz! Wir werden angegriffen! Lass die Erhaltsrolle, wer ihr... Ach, das ist sein! Ach, das ist sein! Ach, so, drum! Boing! Achtung Spinnenreiter, mach Platz! Schau dir das an! Siehst du das? Hm? Das ist ein Erderschütterer! Das ist verarsche! Ach, der Klein ist so krank, ey! Er... Stark, oder? Meinst du? Mhm. Ja, ja, der ist sogar übelst böse gegen Sauruma... äh, gegen Sauron. Da sind sie mir auch nicht schlecht gegen. Jetzt hab ich 30.000 Rohstoffe! Uiih! Boah, das ist ja geil aus, ey! Was schaut geil aus. Ey, krass, Alter! Was? Ja, die verlangen gegen die. Ja, die verlangen sind stark, gell? Ja. Da wird zwei Stück abgekühlt, mit denen ein paar. Was, zwei Stück hat er kaputt gemacht? Ja. Uiih! 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 Aufschließen! Mach sie mal eins! Ah, mein Turm! Reparieren! Ah, Zwerge sind weg! Und du Lappen hast in den Elben immer noch nicht weg! Doch, natürlich ist der weg! Achso, scheiße! Schlange! Ja, natürlich, ey! Schon seit 5 Stunden, gell? Ja, Mann, ey! Schlange! Krieg's nicht! Ich mach mal hier ne Festung! Da! Das war jetzt blöd, das war jetzt ganz blöd! So eine Dreckszau da, was hast du doch gewartet, ne? Was denn? Ja, mitten da, wo meine Helden sind, in der Balrog reinzumachen! Ey, was, was denn? Ich weiß nicht, wovon du sprichst! Ja, war mir klar! Ja! Zertrumpelt! So! Ah! Ey, der Fixer, ey! Repariert der einfach! Hm, verli... Ich frage mich halt, ob du durch Bombardierung dein... ...Balrog Leben verliert! Na, nicht wirklich! Na, nicht wirklich! Dafür ist der zu stabil! Stabil! Das war alter, der zieht dem schon ordentlich ab! Hä, was denn? Der Balrog! Achso, er! Stimmt, der ist fast tot! Ja! Weiß ich! Oh, dein Balrog stirbt, oder? Ja, schafft er das, schafft er das, schafft er das! Ich glaub, das schafft er sogar! Bevor deiner weg ist, will er sterben! Oder? Ja, doch, der stirbt! Ja! Hast du schon alle Fähigkeiten? Nein! Du? Ja! Krass, wir hast nichts gemacht! Ne, mir fehlt eine! Welche? Ich weiß aber nicht welche grad! Ne, jetzt hab ich alle! Jetzt auch! Ich weiß nicht, sehen wir ja dann wie viel ich gekillt hab! Weiß es, es war ja kurzzeitig mal viel bei mir! Hm... Unabhängig! Ich weiß nicht! вот die Einbluge mit dir gewartet! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht... Aber wir sind gerade jetzt! Die beiden verlieren uns an! Nie, woher ist das? Der hier ist ja... ...und, er ist bestimmt... Immer noch nicht! Scheiße! Ah, jetzt ist er Level 10. So, alle Fähigkeiten nochmal machen und gewonnen! Bam Bam! Das ist lustig, wenn du irgendwie Hobbits machst, wie die Reihe dann... Oh, schau, mit den Helden. Eine zweite Reihe fängt dann an. Jawohl. Mal schauen, wie viel gekillt, weil... Haha, ich hab sogar mehr als du. Mhm. Guck mal, krass hier, ja, das war's du. War das meine Bombardierung? Jaaa. Ah, harter Scheiß, find ich gut. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder so, bei einem anderen Spiel. Äh, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss!